Hallo. Höre ich deine Stimme immer noch, irgendwann bis dahin ganz deutlich. Du konntest stundenlang einem Vogelfieh nacheilen, bis es keinen Unterschied mehr zwischen dir und ihm gab. Mit ausgestreckten Armen über einem Abgrund balancieren kochtest du mir Suppen, die nach Winter schmeckten. Immer und immer wieder sehe ich es vor mir, wie du über eine Straße schreitest. Ich denke an eine Hochzeit, denn du gehst, als treffest du am Ende der Straße auf ein Altar. Und jedes Mal vermeldst du dich mit einer Welt, die du noch nicht kennengelernt hast, die es vielleicht gar nicht gibt. Ich denke Ina. So einfach kann ich es sagen, das ist klar, ich habe den Tod gefürchtet. Schon bevor ich an ihn dachte, stieg eine Furcht in mir auf. Ich bin gezwungen, mich ihm zu stellen. Ich bin hin und fort, ich sage heute, ich sage gestern, ich denke morgen. Alles wird gut. Allmählich setzt das Gedächtnis ein, mal laut, mal leise. Schon vor der Abreise hätten wir uns verabschieden können. Genauer gesagt steckten wir ständig in einem Abschied. Noch bevor wir uns begrüßten, sind wir mit einem Abschied beschäftigt gewesen. Der Tag beginnt, der Tag endet. So könnte man sagen. Aber das ist nur eine Nebensächlichkeit dieser Gedanke. Eine kleine, unbedeutende Verschwendung an ein Hirngespinst. Ein Zustand, ein alltäglicher, ein Komm und Gehen. Vergängliches. Irgendwann hat Ina das einmal gesagt, laut und vernehmlich hinter der Bar stehend ein Mai-Tai mixend. Und der Kater auf ihrem Schoß. Ein beruhigendes Bild. Es taucht immer wieder in mir auf, wie sie das weiße Fell des Katers berührt, zärtlich. Sie hat es oft gebürstet. Doch nun ist der Kater ausgetauscht oder ich bin es. Und weder der Kater noch ich bemerken, er ist noch sonst jemand. Ina ist entschlafen. Ein schönes Wort. So hätte sie es ausgedrückt. Ein leiser, langer, nicht endend wollender Schlaf also. Und jetzt, es kehrt immer wieder ein Traum. Ein Lungenflügel in einer Pfanne liegend. Ein Koch, der entbrät. Es ist Minas Lungenflügel, der verspeist werden wird. Der Schlaf wirke heilsam, sagt man. Zeit vergeht. Ostersonntag versteckte ich ein paar Eier. Ostermontag suchte ich sie. Es waren acht an der Zahl. Ich hatte sie gekauft. Sie lagen in einem Osternest. Ich erinnerte mich haargenau daran, wo ich sie versteckt hatte, alle einzeln. Aber an keiner der Stellen war eins von ihnen. Ich verdächtigte den Kater dann die Kinder aus dem Dorf, die mit ihren Familien Ostermontag hier oben spazieren gegangen waren. In der Woche nach Ostern schließe ich vorübergehend die Bar. Man hat Verständnis. Hans-Dieter lädt mich zu einem Gartenfest ein. Man müsse einmal wieder ungezwungen sprechen, über dies und jenes plaudern. Das Leben gehe weiter. Eine neue Familie, die Naes, mit zwei kleinen Kindern, einem Mädchen und einem Jungen, etwas sieben und zehn Jahre alt, sei an den Ortsanfang gezogen, in das Haus vom Gruber, der nach dem Tod seiner Frau mit Sack und Pack nach Norwegen ausgewandert sei. Die Neuen kämen aus München. Die Kinder hätten sich dort schulisch schwer getan. Die Frau habe schon lange mit etwas Ruhigerem geliebäugelt. Die Naes käme auch am Donnerstag.